Und das passiert im heutigen Video. Yes, also vielleicht kann ich das Spiel gegen zwei noch gewinnen, eventuell. Comeback ist noch möglich, ich hoffe. Oh Gott, huuuh, ha ha ha. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Mittlerweile habe ich, glaube ich, über 500 Folgen Rocket League auf meinem YouTube-Kanal, aber noch nie eine Folge, wo ich gegen zwei Leute spielen musste. Tja, bis heute. Ich musste in einem Grand Champion Turnier gegen zwei Grand Champions spielen, weil Defi einen Termin hatte und weg musste. Ich habe mich also versucht, wirklich richtig anzustrengen, um diese Runde, naja, vielleicht nicht unbedingt zu gewinnen, aber einfach ein gutes Spiel abzuliefern. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so scheiße war es jetzt nicht. Schaut es euch gerne jetzt einmal an und lasst einen Daumen nach oben, da würde mich mega freuen. Und auch vielleicht, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest, sehr, sehr gerne. Dankeschön, vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Hol dir 6% Rabatt mit dem Gutscheincode AnyArt bei A-Ware. Egal ob Credits, Items oder Drops. Bei A-Ware findest du auf jeden Fall etwas für dich. Wir checken also nach dieser Folge die Videobeschreibung. Viel Spaß. Ja, machen wir halt 2v1. Ründchen, mal gucken, wie das hier funktioniert. Jetzt zum Niergewinn, ja? Ne, also, da sehe ich mich jetzt nicht persönlich. Ich bin aber hinten, glaube ich, ne? Meine ich. Toll. Wäre fast ein Tor für mich geworden, theoretisch gesehen. Wäre fast ein Tor für mich, das ist 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 ein Ein bisschen konzentrieren, ein bisschen anstehen wird das hier schon. Aber ich schlage mich gar nicht so schlecht, erstmal jetzt, gefühlt. Lol. Besser ist mir zu wie zu. Ja, wenn ich halt, also wenn Defi halt nicht dabei ist, so, ich spiele halt mit Defi anders, ne? Also wenn Defi dabei ist, dann mache ich halt ein bisschen weniger. Dann kann ich entspannt ein bisschen was machen und so und kann gucken, wie es läuft, so. Wissen Sie, was ich meine? So, das ist mir dann ein bisschen egaler. Ja, wenn Defi halt weg muss, musst du halt weg, ne? Oh. Ja, toll gemacht. Nice. Nice. Wuhu, ich führe. Gefühlt. Schwarzen, gravity. Das ist mir das. Das ist mir vom Tisch. かな? Na, nach der faith, geht, Mama. Ich bin ganz sicher. Hier bin ich. Da, nach der Autobahn. Ich bin ganz sicher. Oh, ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ja, ich bin ganz sicher. Puh, Mann. Ah, kommen wir nicht dran, leider. Weg. Ah, ich will die ein bisschen fertig machen, weil ich finde die Spiele ganz gut für zwei gegen einen, um ehrlich zu sein, ein bisschen hier so triggern, weißt du was ich meine, so ein bisschen halt. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Scheiße. Guck mal, dass die auch diese Dreistigkeit haben, ne? So zu schreiben. Das noch zu schreiben bei einem Zug? Ja, klar trollen die natürlich, ist nicht allzu ernst gemeint, aber trotzdem so, weißt du, was ich meine? Ich troll ja auch. Ich mach ja auch nicht ernst, so in dem Sinne. Wenn's das geworden ist. Alright, so. Oh, toll, ey. Aber ey, das war ein super, super geiles Spiel. Also, sorry, ich fand das Spiel super gut. Klar haben die nicht allzu ernst gespielt, aber trotzdem musst du es erstmal schaffen, so dran zu bleiben gegen zwei Leute. ARD Text im Auftrag von Funk